Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram, ja und in dem heutigen Aram spiele ich Talon. Mit dabei ist heute wieder der Leon und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, ich glaube, die Ehe brauche ich hier mal nicht zu skillen. Ach, Einkaufen. Hallo, ne, eigentlich nicht. Ne, bisschen unnötig, ne? Kannst hier nur über die Tower springen. Keiner der Gegner kann auch eine Wand produzieren von daher. Da ist mein erstes Tower Shot. Ja, da wollte ich mal gucken, ob keiner guckt. Oh weia, die haben einen Zicks. Ja. Ha, 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 ha. Zicks, Aram, OP. Leiste. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Boah. Alles klar, Mann. Alles klar. Der geht ja auf Decke. Genau wie unser Morde. Voll die Rambos hier im Team. Ja. Nur schade, dass es Rambos für Arme sind. Oh. Nee, nee. Boah. Scheiße. Alter, was für ein Range hatten das. Die Ult hat dann ziemlich hohe. Ja, hast du das gesehen? Von der, wo der, ich war ungefähr hier. Und der hat mich hier hingezogen. Ja, nee, das ist ja egal. Die musste ich nur treffen. Dann kann ich, äh, nur nicht mal in der Stunde gar nicht. Die hat auch eine bestimmte Range, aber nur eine sehr geringe. Aber das war schon ziemlich gemein. Äh, eine sehr weite Range, meine ich. Aber das Problem war halt, dass die beide Ult schon hatten. Hier, erst die Zix-Ult und dann nochmal Ezreal-Ult. Schönen Dank. Na, wieder gern. Haben wir doch jetzt mal schön gespielt, wa? War auch so lange richtig schön anzusehen, bis die Soraka alleine unter Toren gelaufen ist. Okay, das hab ich gar nicht gesehen mehr. Aber die, die, die hat's ja überlebt, aber... Oh, genau, ich hab mir mal explodiert, die. Oh, warte mal. Ah, Mist. Millimeter. Habe ich ihn? Ja. Dann war's worse. Hat die Soraka als erstes Eichen-Adem-Censor gebaut. Hm. Nur die Siege profitiert davon. Hm. Wir haben leider nicht so das Team, wo sie wirklich Autothacken haben. Oh, ich hab wieder Ult-Ready. Na nicht. Bleib mir vom Hals. Noch mal, dass es lohnt. Sehr schön. Ja, warte. Jetzt will ich ihn. Jetzt wollte ich den Penta noch versuchen, ey. Ja, ja. Rami hat keinen Skill, ne? Nein. Oh, Alter. Was geht ab? Hätte ich mal die Schnauze gehalten. Hm. Hm. So. Den haben wir auch nochmal. Der hat zählt auch gut aus. Ja, Ugo hat doch vor allem einen Tower-Agro gehabt. Jetzt fließt er ein Tower. Hm. 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 Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Runde, muss ich sagen. Bringt schon so ein bisschen Laune. Hm. Und Talon ist auch ein Champ, den ich viel öfters... Ich glaube, ich werde langsam mit-Lane-Main, ey. Nies, er nicht. Ich ja auch. Assassin's. Also, ich finde immer mehr Gefallen an den Assassin's. Ja. So, Achtung. So. Na ja gut, wir haben ihn rausgezogen. Hab ich nochmal Schill-Muffins-Wicke gegeben. Hm. Los. Los. Dann müssen wir einfach einmal komplett irgendwie alle rumgelopfen. Hm. hihihi ja wenn man mitten in der UL drin steht es kommt natürlich nicht gut ich hab noch so rausgekommen im äußeren Bereich das geht auch alles noch aber wenn du mitten drin nimm dir den hinteren auch gleich hier ist noch einer mein Gott ey ich mach dir gleich eine Zeichnung ich hab übrigens die eh immer noch nicht geskillt brauchst du auch nicht, brauchst du das kannst du spielen nö ja Achtung, der kommt, der kommt echt? ich denke dass der Tower da oben kommt mhm so are you ready? ah Mist ich hab noch 7 Sekunden bis ULT ja Tower Held, nice ich hab noch 8 Sekunden auf den Geschwindigkeitsboost ok wenn du bock hast kannst du mir geben sag vorher Bescheid 1,2,1 jetzt oh ich wär an sterblich gewesen ne? ja, ich hatte dich vorher schon berühlt mhm oh nein ich bin in den ganzen Bomben oah ey dieser Lacker der wusste nicht dass ich da bin, das war nur Lack Mist irgendwann trifft er halt ne? ja ich kam nicht ran ich wollt n Q'n ich kann den Tor jetzt einreißen wenn er nichts ankommt nein mhm uaaaaaah jaja neuuuun ah ne ich konnte aber auch nichts machen deswegen bin ich nochmal umgedreht ne ne ich hab ja die Caitlyn ULT gesehen ne? die war auf mich naja aber der äh tatsächlich stand der Mali-Kaiser genau da zwischen euch ne? jaa aber dann wär er gestorben jaja wo weiß er aus ah ne der hat's überlebt ok ja ich dachte ihn hätt's auch erwischt hat sich Rami mal geopfert ich hatte schonmal nen 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 ADC das das war halt echt ok also ich hatte nen ADC mhm da waren wir beide low nach dem Fight und äh kate den Ulti auf ihn in letzter Sekunde flasht damit absichert er nicht jaja aber echt das wär echt hätt ich auch was noch ein bisschen gefeiert glaub ich he he hm 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 naja ein oh ne ne he 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 mach's den Flitzer ja das ist der einzige den ich von denen gar nicht totkriege oh verdammte Kacke ja scheiße Tor weg ah was hier wärs da ah Rami kommt jetzt bin ich sauer ich hab dich aus dem Leben genommen ich hab dich aus dem Leben genommen uah ne ne ohne Ult möchte er gar nichts der Urgott ist halt das Problem ja den werd ich halt auch nachher nicht totkriegen das muss die Siria machen ja aber der hat auch schon einen Brom nägel gebaut mhm ja oder Morde ist eigentlich auch ziemlich gut dagegen ja 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 mhm 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 jp oah mhm mhm Alter, war ich lange cc'd. Also ich hab das gesehen, dass du mich geultet hast, aber ich konnte gar nichts machen. Auch nicht, wo ich wieder aufgestanden bin. Morde der Greed wird dich töten. Wir haben uns gegenseitig getötet. Gehe ich mit einverstanden, ich kann jetzt mit meinem Robert alles kaufen. Ah, ich warte die 100 Gold noch. Also du kannst den Arm noch warten. Hol ich mir ne schwarze Beile und dann noch hol ich mir ne Quecksilber. Und du kannst dich, ich mache mir nur noch die Verstuhung. Ich bin aber mit demРИ Versuch. Schnell0. Ach, ich werde mich immer wieder auf. Nun, ich muss versucht, Freude zu sehen, Leute zu sehen. Ah, ich habe mich meine Beile und meine Beile sind. Oh leu Alten Schitter Aus Da ging aber gar nichts jetzt eben wieder Hm Kam ich eben gar nicht dazu Damage zu machen Die hatten so ein gutes Positioning Ich meine der hatten 10 Sekunden wenn der Rest des Teams da ist auch noch nur 50 HP Der hat halt die Siefe trotzdem noch gemacht Ne noch nicht Oh leu Ich kann den Level abgeben Nice War aber kein Stück da Ja aber so kann man nice fighten Aber im Teamfight Da bin ich halt nicht so So war das wesentlich besser Ich da von hinten ran kam Ja eigentlich müssen wir nur den Urgott beschöpfen Beziehungsweise dafür sorgen dass der reingeht Weil der kann die Gegner dann nicht vor hier pro checken Genau Und ich kann die Backline richtig schön rausnehmen Einige von ihnen Reicht ja auch schon Boah eben waren zwei Kalista und Ass Ich kann da halt nicht als erster wie Rambo rein Ui ich mach schon schön Damage an den Carries Den Asylgrad verhalte mit einer Bombe Nice Bedroht So jetzt geht Rummy Jo Ja Aber Nö aber Schaden war okay Jawohl Das sieht doch gut aus Die steht wieder auf Ja Sehr nice Die Ulti gerade noch so drauf gekommen Wirklich in der Sekunde wo sie umgekippt ist Ja deswegen Diesmal war es auch besser Dass du nicht auf mich gekriegt hast Sondern auch auf sie Ja sie macht den Fehler Sie hat gar keinen Lifestyle Und dadurch hat sie halt Probleme gegen den Urgott Ja Oh ja die Soraka hat Das hängt so Rack auf dem Haus Das ist schön Früh mit Rambo Zu greedy Ja Ich warte noch kurz Ich hab gleich mein nächstes Item Ich hab mein nächstes schon Vor allem hab ich dann eine QSS Yeah Nutzt der ganze CC nicht mehr so wirklich viel 10 Gold Rummy on the way Oh Gott Oh Gott Ja Ja Ah Noch ein Double Die hätte sich Blutdürste holen sollen Anstatt Harry Kane Harry Kane auf Sie Ja gut von mir aus Aber Dann wäre es richtig scharf gegangen Hast recht es gibt Besserweite Allein weil sie ja mit ihren Ricochettas So gesehen schon Irgendjemand hat Sind wir auch hier ich gleich lehnen Ja ja deswegen Also ich halte das für wenig sinnvoll Sieh wir wirklich viel Schaden Und normal Attack Speed Was? Ich hätte mir jetzt ein Blutdürste vorher geholt Auf jeden Fall Na ja gut Geht ja auch so Hast du wieder reingegreedet? Ja Ich hab's nicht gesehen diesmal Also nur ein 4 Kann ja klappen ne Hallo Die Mädels Die haben meine Bogenbeine zum 6 gemacht Ja Mitgenommen Hast du das gesehen ey War das geil Ich bin einfach nur reingesprungen Hab einen gewonshottet Und bin dann mit Vollspeed durchgerannt Und dadurch den 6 mit meiner Ult noch weggeknallt Ey gegen Squishies macht Talon so einen Spaß Die können nichts gegen machen Außer Sonjas Geht würde ich sagen Joa ne 21129 lässt sich sehen Kann es sich vielleicht angucken Ja ich hoffe auf jeden Fall Dass ihr euch das Game bis zum Ende angucken konntet Und wenn ja Würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben Einen netten Kommentar Oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen In diesem Sinne Bis bald Euer Ram